Ich habe das eine mal auch morgens, also relativ morgens, war glaube ich um elf oder so, auf jeden Fall war es für mich morgens, weil ich gerade erst aufgestanden bin und habe mir schön meinen ersten Kaffee des Tages gemacht und habe mir nichts weiter dabei gedacht und habe dann gesagt, okay, gehst du kurz auf Customs, ein bisschen Quest. Ich habe mich mit dem Kaffee, war alles ruhig, kurz in den Busch gehangen und dachte, okay, gleich gehst du weiter, nimm einen Schluck vom Kaffee. Okay, auf einmal werde ich, ich weiß nicht, was mich erschossen hat und auch so nah neben mir war, ich glaube M700 ohne Schally oder so. Es hat so hart geknallt, dass ich mich so erschrocken habe, dass ich mit meinem Kaffee, der Kaffee ist geschwappt, also so doll geschwappt, an das Mikro, auf die Tastatur und ich denke mir so, fuck, was ist hier los? Das sieht schon wieder leer aus, ey. Hm. Kann doch nicht sein. Okay, ab Skeletten. Und wo muss doch die Hure, warte mal, hier ist einer durchgelaufen. Ich führ's auf. Ich war hinten leer in der Tanke. Ah! Jetzt ist er drinnen in dem Raum. Ich bin erschossen. Ich muss ihn verhören. Erschossen. Nein! 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 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.